Ich stehe mir manchmal auf jeden Fall selber im Weg, weil ich jemand bin, der, glaube ich, Sachen sehr gerne überdenkt. Ich bringe mich selbst vom Handeln ab jetzt endlich. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der versucht, immer gut gelaunt zu sein, auch wenn er merkt, okay, eigentlich ist heute ein Scheißtag. Aber ich kann echt richtig schlechte Laune haben, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und es wirklich ganz anders läuft. Ich versuche, gute Musik zu hören. Ich versuche, was Schönes zu essen. Ich versuche, erst mal mir selbst irgendwie was Gutes zu tun. Und wenn man selbst so merkt, okay, man hat jetzt viel Liebe zu geben, weil man sich selbst irgendwie viel Liebe gegeben hat, dann kann man einfach rausgehen und Liebe überall hinwerfen und Spam und einfach so ein Umfeld irgendwie versuchen, mit positiver Energie zu bereichern. Und dann haben andere gute Laune, dann hast du gute Laune, das multipliziert sich hoch. Das ist es im Prinzip. Dann habe ich wieder gute Laune.